Willkommen zu einem sehr spannenden Thema. Und das ist nicht meine Tür, die offen ist, die euch wahrscheinlich gerade alle triggert. Sondern es geht um das Vogue-Sein, gerade im Fall Disney. Und South Park hat dazu eine sehr interessante Folge gebracht, die es jetzt auch bald bei uns gibt. Und darüber spricht der Kanal Popcorn Luft in dem Video Disney von South Park zerstört. Ich bin hier sehr gespannt auf eure Meinung und Kommentare, denn gerade auch zu Schneewittchen wird gerade heftig diskutiert, ob die Schauspielerin passend ist. Das Gleiche hatten wir auch mit der Meerjungfrau Ariel. Oder auch beispielsweise mit dem Film Tinkerbell, Cleopatra oder Herkules, der gerade in Produktion ist. Ich bin sehr gespannt, was deine Meinung zu dem Thema ist. Wie immer sachlich bleiben, aber erklärt eure Meinung sehr gerne. Ich versuche immer zu verstehen, wer was für eine Einstellung hat zu gewissen Dingen. Über einen Daumen nach oben, dass ich mich sehr freue und über ein Abo auch und das Originalvideo ist unten in der Beschreibung. Und ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet und vor allem auch eure Meinung. Es ist ja nicht so, dass Disney in der letzten Zeit keine Kritik dafür einstecken musste, dass die Firma sich dazu entschlossen hat, politische Tugend-Signalisierung über gute Storys zu stellen. Hier ist jetzt meine Frage, habt ihr den Film Ariel, die Meerjungfrau im Kino gesehen? Ich habe nämlich letztens Ariel, die Meerjungfrau, auf Disney Plus geschaut. Und zwar die gezeichnete Version. Und mir ist aufgefallen, dass Ariel eine neue Stimme hatte und die Krabbe auch. Und die Texte wurden auch abgeändert. Und ich wollte nämlich mitsingen und habe gemerkt, die Texte sind irgendwie anders und ihre Stimme auch. Und zwar gibt es nämlich Ariel auf Disney Plus in einer neuen Synchrofassung zu hören als die von 1998. Und ich habe mich gefragt, hä, warum? Warum ist denn das so? Genau, es wurde quasi für die deutsche und die österreichische Version neue Synchronsprecher gesucht. Und die Meerhexe blieb gleich. Doch nicht nur die Stimmen sind in der neuen Synchro anders. Auch Dialoge und Songtexte wurden verändert, teilweise sogar Namen. So heißen die Morenen von Ursula nicht mehr flottsam und jetsam, wie übrigens in der englischen Originalverfassung, sondern Abschaum und Meerschaum. Warum wurde die Synchro geändert? Die große Frage ist nur natürlich, warum? Nun, unter anderem wollte Disney die Idealoge und Songs mehr den Wortlauten in der englischen Originalfassung anpassen. Und es soll übrigens die original-deutsche Synchrofassung auch noch auf Disney Plus nachgeliefert werden. Das ist aber der einzige Grund, weil manche dachten, hat das wieder irgendeinen Grund, dass man gewisse Dinge nicht äußern darf? Nee, es war einfach, dass sich der Text im Englischen, dem Original mehr angepasst hat. Weil es hat mich auch gewundert, ich wollte es euch nur mitgeben. Aber man kann so viel über die Thematik lesen, wie man möchte. Man kann sich so oft, wie man möchte, die unterirdischen Kinokassen Einspielergebnisse der letzten Filme aus dem Hause Disney ansehen oder einen Blick auf die Disney-Aktie werfen, die sogar seit unserem letzten Disney-Video noch weitergefallen ist. Was echt seltsam ist, weil sind die Leute nicht in heller Vorfreude auf The Marvels im November jetzt oder auf das Schneewittchen-Remake? Das habe ich auch mitbekommen, dass jetzt quasi Snow White, also Schneewittchen, wurde jetzt ein bisschen verschoben, da man, glaube ich, komplette Szenen neu abdreht, was ja schon krass ist. Wenn man einen halbfertig gedrehten Film teilweise komplett neu shooten muss, hat das schon krassen Impact. Äh, okay, nein, sind sie nicht. Auf jeden Fall kann man sich die Situation von jedem möglichen Blickwinkel aus ansehen und es wird trotzdem immer wieder Leute geben, die der Meinung sind, es gebe kein Wokeness-Problem in großen Hollywood-Produktionen. Und alles läuft richtig, so wie es eben läuft. Und wenn man nicht voll in der Materie drinnen ist, dann könnten da einem schon Zweifel kommen. Ist es denn wirklich so schlimm oder kommt mir das alles nur so vor? Ist es vielleicht nur eine Phase, verstehe ich die modernen Filme nicht mehr oder bin ich dann doch ein verkappter Rassist? Aber dann wird einem die ganze Problematik in letzter Zeit immer öfters auch mal auf satirische Art und Weise aufgezeigt. Jetzt nicht nur durch super coole YouTube-Kanäle wie Popcorn Luft, lasst gerne ein Abo und ein Like und ein Kommentar da, sondern mittlerweile auch von Seiten anderer großer Produktionen. Und darum soll es in diesem Video gehen. Schön auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Einer der großen Produktionen, von denen ich spreche, ist South Park. Und vor ein paar Tagen kam die Episode Joining the Pandaverse raus. Ich habe früher South Park auf Nintendo 64 gespielt. Und das war, da hat man Kenny gespielt und hat die ganze Zeit nur Schneebälle geschmissen und die Truthähne abgeschossen. Ähm, fand ich ganz interessant, weil ja South Park eigentlich, South, ich sage immer South Park, South Park, in dem Zusammenhang, was es ist, ja schon sehr krass ist und sehr viel kritisiert und sehr einen krassen Humor hat. Ich muss sagen, ich mag es. Ich habe auch Drawn Together geliebt. Ähm, da wurde ja einfach alles verarscht, gibt es nicht mehr. Ich wollte dazu auch noch ein Video machen, wird auf jeden Fall noch geschehen. Ich weiß nur noch nicht wann, ähm, weil teilweise schaue ich mir oder wenn ich mir teilweise alte Filme und alte Serien anschaue, merke ich, boah, das könnte man heute nicht mehr bringen. Die man jetzt mittlerweile auf Paramount Plus ansehen kann. In der Episode geht es nicht um Pandas, sondern um das Phänomen von Disneys Pandering. Also auf Deutsch, dem es jedem recht machen wollen. Und das wird ziemlich hart verrissen. Und absolut zu Recht, denn wie es aussieht, wird Disney wohl munter auf seinem Kurs weitermachen, aber darauf gehe ich später gerne nochmal ein. Die South Park-Episode schlägt Wellen, weil sie die aktuelle Wokeness-Problematik Disneys slash Hollywoods einfach schonungslos beim Namen nennt und sich darüber lustig macht. Ja, ich finde, teilweise hat South Park vieles eigentlich sehr gut in die Kritik gestellt, und zwar beide Seiten. Es sind nicht nur auf eine Seite gegangen, sondern wirklich auf beide. Ich finde es ja genauso faszinierend wie bei den Simpsons, die einfach alles vorhergesehen haben, oder vieles vorhergesehen haben, was heute eingetroffen ist. Und ich finde es auch irgendwie, das ist wieder das, was ich euch gesagt habe. Feminismus ist ja eigentlich ein sehr positiver Begriff. Der setzt sich für die Rechte der Frau ein. Es gibt aber einzelne Gruppen in gewissen Bereichen und unter gewissen Begriffen, die Dinge sehr hart und strikt sehen. Und es werden leider immer nur diese kleinen Gruppen laut, und dann verallgemeinern diese kleinen, lauten Gruppen den kompletten Begriff. Wie zum Beispiel Wokeness, Woke sein, Woke Bubble. Der Begriff Woke ist ja an sich auch wieder eigentlich etwas sehr Positives. Du bist wachsam und bemerkst Dinge, setzt sich für Menschen ein, für die sich nicht eingesetzt wird oder wenig. Aber dieser Begriff ist mittlerweile schon überall so ausgekaut worden oder zerkaut worden, dass man ihn teilweise nur noch mit nervigen Themen in Verbindung setzt, was eigentlich total schade ist. Und dann sucht man wieder einen neuen Begriff, damit der abgespaltet ist von Wokeness, keine Ahnung, vielleicht heißt es bald The Awakening, damit man das wieder als etwas Positives machen kann. Und da wird es wieder kleinere Gruppen geben, die komische Ansichten haben. Und das finde ich immer sehr schade, dass man dann sagt, ich bin nicht Woke, bloß nicht Woke. Ich will nicht Woke sein, obwohl Woke eigentlich etwas Gutes ist. Genauso wie Feminismus ist eigentlich etwas Gutes. Okay, worum geht es in der Episode genau? Es geht darum, dass Cartman den immer gleichen Albtraum hat. Dass jede Person um ihn, mit der er eine Bindung hat, systematisch mit diversen Frauenfiguren ausgetauscht wird. Warte mal, könnte das eine Anspielung auf irgendetwas sein? Nein, nein, wahrscheinlich haben sie sich einfach nichts dabei gedacht. Auf jeden Fall beschweren sich besagte Frauen in dem Traum die ganze Zeit darüber, dass sie in einem Patriarchat leben müssen und verwenden solche Sätze wie wenn es um weiße Menschen geht, dann gibt es keinen Rassismus. Also man sieht schon, die Episode ist auf jeden Fall nicht nur Kritik an Disney, sondern auch eine recht allgemeine, bissige Kritik an der westlichen Kultur aktuell. Wir haben ein Problem, zu entscheiden, ob du von mir oder von Trump bist. Und du bist schwarzer. What? Kathleen Kennedy ist in Cartmans Träumen auf jeden Fall die Person, die hinter dem ganzen Personen einfach austauschen steckt. Das Ganze geht dann so weit, dass sich ein Multiversumloch auftut. Jepp, über Multiversum wird sich genauso lustig gemacht. Und Cartman landet dann in einer Art Parallelwelt, in der er bis dahin eine diverse Frau gewesen ist. Und in der alle seine Freunde divers sind. Ja, in der im Prinzip alle Leute divers sind, sogar der Polizeichef. Sprich, Cartmans Albtraum ist jetzt in Erfüllung gegangen. Die Episode spielt also jetzt in zwei Universen. Der alte Cartman ist im neuen Universum, wohingegen es im alten Universum jetzt einen neuen Cartman gibt. Und diese ist zu einer diversen jungen Frau geworden. Was Cartmans Freunde dann doch irgendwie selts empfinden, weil Cartman hat dann doch immer irgendwie anders ausgesehen. Aber Ihnen wird vom Schuldirektor gesagt, vielleicht sind Sie ja das Problem und Sie sollen sich jetzt nicht so anstellen. Und dann gibt es einen herrlichen Side-Punch auf Indiana Jones 5. Was? Du denkst, es ist perfekt normal, dass Cartman plötzlich eine schwarze Frau ist? Du magst wahrscheinlich nicht, dass Indiana Jones von einer Frau verwendet wurde, oder? Und dann, und diese paar Sätze zeigen nochmal die Genialität dieser Episode auf, wird Ihnen gesagt, ihr habt wahrscheinlich auch ein Problem mit Miles Morales als Spider-Man. Nee, das hat sehr gut funktioniert. Der wurde auch richtig gut bewertet und den möchte ich unbedingt anschauen. Und wenn ich mir den Stil anschaue, wo bleibt Arkane 2? Verdammt, ich warte auf diesen Film und diese Serie jetzt schon viel zu lange. Schau dich Arkane an. Unfassbar, fassbar, fassbar geil. Unfassbar geil. Wirklich lieb's. Und Kyle sagt, nein, Miles ist super. Der wurde eigens für die Rolle erfunden. Es geht darum, alte, bekannte Charaktere, dieselben alten, bekannten Charaktere, einfach herzunehmen und sie einfach auszutauschen. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr dazu meint, was er gerade gesagt hat. Ob es eher das Problem ist, dass man Charaktere, die ursprünglich anders waren, komplett ersetzt mit etwas, womit man sich dann in dem Moment den alten Charakter nicht mehr sich identifizieren kann, weil man den alten Charakter anders kennt. Oder ob ihr sagt, das interessiert mich gar nicht, das finde ich nicht schlimm. Weil mich persönlich hat's zum Beispiel immer sehr genervt, wenn ich Videospiele gespielt hab und die Schauspieler in den Videogames, in dem Beispiel Tekken, Dead or Alive und Resident Evil, den Charakteren, wie ich's in den Videospielen gewohnt hab, gar nicht ähnlich sahen. Oder irgendwie ein bisschen ähnlich, aber nicht so wirklich. Wisst ihr, was ich mein? Das hat mich schon genervt. Wir reden hier über Videospielcharaktere. Da hat's mich gestört tatsächlich, wenn ich gemerkt hab, oh nö, der hat auch voll die komische Stimme dann auf einmal gehabt, der Wesker. Der Wesker ist so ein richtiger Badass. Und dann hatte der so eine quietschig Stimme. Damit konnte ich mich dann nicht identifizieren. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Und dann sagt der Direktor, dass die Jungen wohl so denken, weil sie das Gefühl haben, ihre, Zitat, weiße Kultur ist bedroht und deshalb ist ihre Antwort Rassismus. Alles ist auf jeden Fall durcheinander in den Universen jetzt. Zwischendurch gibt es dann immer wieder Szenen aus dem Disney Boardroom und wir sehen Bob Iger, der es so gar nicht versteht, warum die Disney-Aktie jetzt so gefallen ist. Und einer seiner Untergebenen meint dann, dass alles wirklich seltsam ist, weil sie machen ja im Prinzip denselben Film immer und immer wieder und versuchen dabei, allen zu gefallen, aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Auch die Disney-Führung bemerkt, dass im Universum alles etwas seltsam ist und sie überlegen, ob es vielleicht etwas mit dem Panda-Stone in ihrem Keller zu tun hat. Der Panda-Stone, der eine Art künstliche Intelligenz ist, die immer denselben Film produziert, der es allen recht machen soll. Ja, das geht halt eben nicht. Und ich finde es sehr gut, wenn man auf Dinge aufmerksam macht und auch Rollen austauscht oder neue Rollen schafft und neuen Rollen ein neues Gesicht gibt. Aber ich glaube, die meisten Leute, die sich darüber ärgern, ist halt eben, wenn es einfach komplett ausgetauscht wird. Und ich weiß, dass sie bei Snow White, ich finde jetzt ehrlich gesagt, das gar nicht schlimm war. Ich finde, sie sieht auch von ihren Face-Features schon Snow White sehr ähnlich. Aber da ärgern sich zum Beispiel viele, dass es heißt Snow White und sie ist ja nicht Snow White. Das sind zum Beispiel so Dinge, wo ich mir denke, ja, mei, ist mir eigentlich egal. Sehen andere anders, aber dafür ist ja die Kommentarspalte da, dass ich da mal eure Meinung zuhöre und ihr mir das Ganze erklärt, wie ihr das seht. Das finde ich sehr spannend, weil auch hier sieht ja jeder die Dinge anders oder hat einen anderen Blick auf die Dinge. Kathleen Kennedy hat in der Episode das Durcheinander im Universum getriggert, weil sie den Panda-Stone zu oft benutzt hat, weil sie gegen Rassismus und Bigotterie in unserer Gesellschaft vorgehen wollte. Und das alles ist gemacht worden, und die von jetzt an in jede Produktion vor allem lesbische Frauen reingebracht wurden. Put a ticket in it, make a gay! Am Ende treffen sich der alte... Ich liebe Saufwag einfach. Wisst ihr auch warum? Weil sie sich einfach über alles und jeden lustig machen. Das ist wie bei Drawn Together. Da wurde nicht nur über eine Gruppe sich fertig gemacht, es wurden alle fertig gemacht. Alle. Und da ist niemand verschont geblieben. Es war einfach ein, wir lachen alle über uns Menschen, über die Menschheit und nicht über eine gewisse Gruppe oder Gruppierung. Es werden einfach alle gebashed. Und South Park ist da genauso. Cartman und Kathy Kennedy. Und Kathleen Kennedy erklärt, dass sie getriggert war von den vielen Hassposts, die sie bekommen hat und sich deshalb gedacht hat, jetzt erst recht. Und es kommt raus, dass es Cartman war, der ihr all diese Hassposts geschickt hat. und er repräsentiert damit die toxischen Internet-Trolle. Merkt euch das, weil das wird gleich nochmal wichtig werden. Ja, und das ist nämlich die interessante Sache, dass in South Park beide Parteien nämlich kritisiert werden und nicht nur eine. Dann entschuldigen sich alle und Kathy Kennedy verspricht, von jetzt an wieder gute Filme zu machen und Bob Iger verspricht dasselbe und alles ist gut. Definitiv ein nettes Ende, in dem auch Kathy Kennedy die Seite nochmal beleuchtet wurde und die ganze Episode auch ziemlich tiefgründig und auch wholesome. Auch ein bisschen wholesome. Macht. Beide Seiten zeigen Einsicht und sind offen und sprechen miteinander. Ja, ich muss sagen, ich habe mir auch anfangs gerade mit diesen, mit den Ich schaue mit euch Videos an, sehr, sehr schwer getan, weil ich irgendwann gemerkt habe, du kannst nicht allen gerecht werden. Ich bin aber immer offen, mir auch andere Meinungen anzuhören, solange man meine Meinung in gewissen Dingen akzeptiert. Ich bin auch immer offen dafür, dass man mir andere Meinungen erklärt, dass ich die besser verstehe. Aber ich habe irgendwann gemerkt, man kann nicht immer der Meinung mit allen sein und das ist vollkommen okay und das fand ich so süß, als Leute mir geschrieben haben, hey, ich bin zwar nicht immer deiner Meinung, aber ich schaue trotzdem deine Videos gern, wo ich gemerkt habe, es geht auch so. Es geht so, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und ich die Meinung von manchen von euch dann besser verstehe und dafür offener bin, aber ihr meine Meinung auch akzeptiert und respektiert, ich aber verstehe, wo eure Meinung herkommt. Wie es im echten Leben in der aktuellen Zeit ja auch so oft der Fall ist. Aber es ist eine schöne Vorstellung, dass alle Seiten am Ende zusammenkommen und wieder gute Produktionen entstehen. In der Episode wurde Kathleen Kennedy als Urheberin der gesamten Wokeness-Problematik gezeichnet, weil Kathleen Kennedy bereits jedes Lucasfilm-Franchise zerstört hat und nichts mehr wirklich übrig ist, das sie zerstören kann, sprich, sie ist ein relativ einfaches Ziel. Aber sie ist definitiv nicht die einzige Disney-Führungsperson, die die aktuelle Situation verursacht hat. Bob Iger, der Disney-CEO, dem Kathleen Kennedy ja untersteht, ist in der Episode noch recht gut weggekommen. Ein bisschen doof, aber im Großen und Ganzen ziemlich harmlos. Und Kevin Feige, der für den maroden Zustand des MCU und damit zu einem großen Teil für die herrschende Superheldenmüdigkeit in der Bevölkerung verantwortlich ist, wurde namentlich nicht mal erwähnt. Bob Iger hat zwar schon des Öfteren davon gesprochen, den Kurs von Disney zu ändern und den Kulturkrieg herunterzufahren. Aber wird das wirklich der Fall sein? Wird sich wirklich etwas ändern? Ich meine, der Disney-Aktienwert ist super tief, neue Disney-Filme will keiner mehr wirklich sehen und Disney Plus hat einfach viel zu wenig Abonnenten, als dass da wirklich ein Gewinn entstehen könnte. Ja, es ist super schade. Wenn ich überlege, wie viele von uns immer noch auf den alten Disney-Filmen hängen geblieben sind, ich würde mir wieder wünschen, dass man wieder mehr zeichnet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das Animierte zwar auch ganz cool, da gibt es auch ganz tolle Filme, aber ich würde mir so wünschen, dass man wieder mal so einen Disney zeichnet. Das wäre doch so schön, oder? Zeigt euren Kindern die Disney-Filme von früher. Ich liebe es. Ich liebe es. Es gibt nichts Schöneres, als im Winter nochmal sich alle Disney-Filme reinzuziehen, während es draußen scheint. Aber da bin ich auch gespannt auf eure Meinung. Also man meint, es wäre eine gute Zeit, den Kurs zu ändern. Aber wird das passieren? Ja, nicht, wenn man den aktuellen Berichten Glauben schenken mag, dass Michael B. Jordan im Gespräch ist, um Herkules in der Disney-Live-Action-Adaption zu spielen. Michael B. Jordan, toller Schauspieler, sympathischer Kerl in Interviews, aber wenn man Michael B. Jordan sieht, wird die erste Assoziation in den wenigsten wohl eine Gottheit des antiken Griechenlands sein. Aber wenn Cleopatra schwarz war, warum dann nicht auch Herkules? Jedenfalls sind wir dann wieder bei demselben Punkt, der auch in South Park angesprochen wird. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ihr? Warum kreiert Disney keine eigenen Charaktere mit eigenen Geschichten, anstatt den faulen Weg zu gehen und einfach schon dagewesene weiße Charaktere auszutauschen? Gebt uns mehr Encantos, gebt uns mehr Filme wie Küstenfrosch, nehmt mehr Inspiration von Across the Spiderverse, anstatt einen Off-Pandastone zu machen und es immer mit derselben Herangehensweise zu versuchen. Aber bei Küstenfrosch haben sich doch auch viele aufgeregt, weil sie ist ja keine Prinzessin wie eigentlich alle anderen, aber ich glaube, Mulan war auch keine. Und da hieß es, alle anderen sind Prinzessin, nur Mulan und sie jetzt nicht, weil ich glaube, sie wollte einfach ein Restaurant öffnen. Aber ich fände es auch schön, wenn man einfach so neue Storys erzählt mit neuen Charakteren. Oder zum Beispiel auch einfach eine weitere Geschichte erzählt, die es so noch nie gab, zum Beispiel, er ist dann die Charaktere immer komplett auszutauschen. Aber ich muss sagen, in manchen Fällen stört es mich auch gar nicht. Aber ich verstehe den Punkt, dass manche sagen, das ist geschichtlich nicht so, das passt nicht und es stört sie aus denen den Gründen. Ich verstehe diese Meinung, aber ich persönlich bin immer jemand, der halt sagt, ja, mei, wenn der Film gut ist, interessiert mich es eigentlich nicht, wer in der Rolle spielt. Aber ich verstehe, dass Leute sagen, das ist für sie dann, dass sie es dann nicht anschauen wollen und es nicht gut finden. Ariel war ein Flop, Schneewittchen wird ziemlich hart floppen. Es ist extrem verabschiedet. Der Original-Cartoon kam aus 1937 und sehr evidentlich so. Will du shut up? Auch wenn die sieben magischen Wesen jetzt wieder raus sind, die sieben magischen Wesen, deren Einsatz als politisch korrekter erachtet wurde, als der echter kleinwüchsiger Personen, zumindest bis zu dem weltweiten Shitstorm, den die geleakten Bilder nach sich gezogen haben. Aber diese sieben magischen Wesen sind jetzt durch CGI-Zwerge ersetzt. Nein, nein. Oh Gott, das muss ich auch sagen, bei Ariel habe ich ein paar Bilder gesehen. Ja, sie wollten es realistisch machen, aber ich finde, ihr könnt es euch ja mal anschauen, Fabius und Sebastian. Sebastian und Fabius sind halt, es ist halt eine echte Krabbe und ein echter Fisch und das hätte ich, glaube ich, anders gemacht. Oh nein. Ja, vor allem, wie ist es auch für die Schauspiele, die dafür schon gecastet worden sind und mitspielen sollten und dann so CGI-Sachen. Why? Dann nimm doch Menschen. Das wirkt doch komisch. Verstehe ich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was unheimlich aussieht. South Park zeigt auf, was in Disney und in vielen anderen Hollywood-Studios auch aktuell mächtig schiefläuft. Aber anstatt einfach nur den Finger zu zeigen und eine Seite schlecht zu machen, ist die Serie bemüht, auch tatsächliche Lösungsvorschläge zu bringen, wie das Ende dann zeigt. Macht gute neue Filme mit neuen Ideen und guten neuen Figuren und so werden auch tatsächlich die gemeinen Internet-Troller als das entlarvt, was sie letzten Endes sind, nämlich toxisch. Ja, oh Gott. Also ich muss auch sagen, teilweise, wenn neue Spiele released werden und es ist eine Live-Übertragung, ich mach den Chat aus, ich ertrag das nicht. Die Leute beleidigen alles und jeden und jedes Spiel ist scheiße. Also als Spielentwickler könnte ich mir das nicht anschauen und ich stelle es mir auch als Filmredigeur und im Filmbereich super schwer vor, weil die Leute super toxisch sind und im Internet sagt eh jeder, was er möchte. Aber ich glaube, dass man viel kaputt macht mit dem Punkt, wenn man es jedem recht machen möchte. Und das hat South Park, glaube ich, hier wieder sehr auf guten Punkt gebracht. Die Serie gibt es ja auch bald in Deutschland, auf Deutsch. Dann schaue ich mir die auf jeden Fall auch an und gebe euch noch mal Feedback, falls es da noch irgendwas zu ergänzen gibt. Wenn man allerdings so lächerliche Produktionen macht, dass man den Großteil der Fans verärgert und dann alle, die kritische Stimmen äußern, als Trolle, Patriachen und Rechts bezeichnet, dann ist Chaos in allen Universen so ziemlich vorprogrammiert. Genau, man muss halt aussieben zwischen was ist jetzt ein Troll und was ist deine Community, die es gut mit dir meint. Also ich merke das Spiel auch, bei meinem Zweitkanal verspieltest du, da spiele ich oft einfach lange Let's Plays drüber und da lese ich auch immer die Kommentare und sobald Kommentare wirklich kritisch, sachlich sind und unterstützend, nehme ich die super gerne an, zum Beispiel, es haben mir einige gesagt bei einem Let's Play, ich wirke voll gestresst und gehetzt und so und da hatten sie recht und das habe ich geändert. Oder zum Beispiel, boah, übersetz nicht jeden Satz auf Deutsch, lass erst mal die Leute reden und dann übersetze ich das Kritik, die nehme ich mir gern zu Herzen, setze die um und die ist auch wichtig, weil ansonsten gucken ja die Leute irgendwann auch nicht mehr deine Videos, wenn sie merken, ey, ich werde nicht gehört und irgendwie nervt mich das total. Aber wenn halt irgendwelche Leute schreiben, du spielst scheiße, du kannst gar nichts und so, das ignoriere ich dann natürlich, aber du darfst halt deine, deine Core-Community, deine Community, die dich supportet in allen Bereichen und die dich gerne schaut, nicht überhören, weil die geben dir ehrliches Feedback. Also allein, dass manche auch hier unter dem Drittkanal-Video schreiben, ey, du siehst echt müde aus, ich mache mir Sorgen, ihr habt recht, ja, ich bin übel müde und teilweise sehe ich es in den Aufnahmen danach, denke so, boah, sah ich fertig aus, aber das ist wichtige Kritik oder das heißt ja keine Kritik, das ist eine wichtige Anmerkung, die dich dann, die ich dann auch brauche, also sagt mir jetzt bitte nicht, dass ich jedes Mal fertig aussehe, ne, das macht mich nämlich auch fertig, aber dass einfach so Leute aware sind, hey, da geht's grad nicht gut, ich soll's mal sagen oder sie wirkt grad irgendwie abwesend, immer eine Kritik oder eine Info, die ich mir zu Herzen nehme, wenn sie jetzt nicht unter jedem Video kommt, weil ich merke unter welchen Videos das dann auch wirklich der Fall war, deswegen auch nochmal danke, dass ihr so Acht auf mich gebt. Ob Disney sich diese Botschaft allerdings letzten Endes zu Herzen nimmt, ist zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr fraglich. Danke fürs Reinschauen, wenn euch dieses Video gefallen hat, ist gerne ein Like und ein Abo da und wenn ihr euch für die aktuelle Situation bei Disney interessiert, dann könnte auch dieses Video was für euch sein. Sehr cooles Video, hat mir sehr gut gefallen, das hat auf jeden Fall Abo und ein Like da, habt ihr sehr, sehr gut gemacht, also auch das Intro toll aufgegliedert, ich muss mir auch echt nochmal mehr verinnerlichen, ein besseres Intro auch für meine Recherche-Videos zu machen, das kann ich auf jeden Fall mir hier zu Herzen nehmen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, über den Daumen nach oben ab würde ich mich sehr freuen und über eure Meinung bleibt sachlich und lieb, erklärt euch gern, warum ihr Dinge so seht, wie sie sind und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Kommentare und danke, was ihr da teilweise so schreibt, das ist echt so, mit so viel Mühe und Liebe, vielen, vielen Dank und dann sehen wir uns gleich in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.